So, und es geht nahtlos weiter. Und tot. So, und es geht nahtlos weiter hier. Müssen wir mal sehen, dass wir hier rüber kommen. Oh, das ist ja knapp. Es geht doch. Aber der Roman ist ruhig, komm ich da hin. Ach so. So. Was machst du? Da ist doch eine Truppe in der Leiter gewesen. Da springen wir direkt da rein. Mistkeeper. Oh ja, ne, zwei noch. Was hat er überlebt? Können wir hier noch was abstauben? Ja, können wir ja. So, hier geht es glaube ich sogar weiter. Muss ich doch nochmal umdrehen gleich. Nach unserem schönen Rundblick hier. Geh doch mal kurz hier hin. Rote Kiste. Wäre mal wieder Zeit für eine Feder. Und ein paar Augen. Noch mal ne rote. Und hier. Können wir woran schwingen ja. Da geht's hinab. Da geht's hinab. Da auch, aber dann muss ich dann wieder in den Tod. Also gehen wir mal doch hier runter. Oh. Und hier geht's noch los. Oh. Das ist noch dir. Noh! Ey, komm mir nicht weg! Wolle, wolle ich nicht! Na, scheiße, ich bin schnell genug! Ja! Soh, net! Ah, falschen Schumpf! Ich sehe! aber die andere jetzt das wird sie nichts mehr falsch machen sehr gut ja da geht es hin brauchen wir noch etwas? ein bisschen Energie aber die lasse ich jetzt nochmal da das reißen wir ein da ist schon wieder Energie wie ist meine rote Trubel? ne ja hoch da sehr gut eine Phoenix wieder eine noch dann muss hier irgendwo eine Nähe auch wieder ein Auge sein das ist das ist das ist das ist das ist Wollen wir doch mal sehen. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Okay. Nee. Hier ist nur die roten Auto. Oder? Nee. Hier geht es direkt weiter. Aber dann nehme ich... Hier nochmal, dann habe ich eine volle Energie. Was hat er überraschend? Was jetzt? Beim ersten Mal schon geklappt. Die Schwingerei. Das überrascht mich jetzt dasselbe sogar. Ja. Ja... Gleichzeitig hochgekommen Alles brauchbare mit mir natürlich, das brauch ich nicht. Gut, mehr Garde sind nicht. Das war's. Das war's. Das war's. die kleine Pfecher hier wieder wieder so gefahren schon wieder ja so so an dieser Stelle sage ich mal mache ich mal eine Pause und was passiert wenn wir hier rüber schwingen das sehen wir uns dann beim nächsten Part an bis dahin